Chef, ist ein Mörderdurcht! Ein Mörderdurcht! Unter dem Chef Bierflaschel! Ist ein Schissene Bierflaschel! Ach du! Bierflaschel! Oh, ist das Bierflaschel! Ich hab doch ein Händler! Ich hab ihn ans gehabt! Im Küchschrank! Ich will ja was nichts! Was wär wohl? Das ist ja ein Arsch! Der ist ein Küchleinere Wagen! Das ist ein Arsch! Scheiße was ist denn da wohl wieder mit den Huren verdammten! Bademantel wieder! Das darf man nachschliessen auch noch, weil die Kuh für ihn wird! Wir Häuflingen da! So, naja, du, wie ist der Scheiß? So ist er, wie ist er los? Seht's denn? So. Komm ich das Bier gleich vor. Ich schenke den Aussehen. Au, was? Okay, Scheiß, blei zu, blei zu, blei zu, du Huh! Blei zu, du Huh! Blei zu, du Huh! So, wenn ich hüte das Bier, lasse ich mir mal socken, gleich was den Fleisch vor aussehen ist Bier, ja? Und dann... Au! Genau. Da ist ein... so, ein Biergarber halt, ne? Kein richtiges Kniegelgarber, aber normal Biergarber, ne? Jetzt müsst ihr es finden, der Scheiß sieht das Scheiß nicht da. Jetzt müsst ihr es mal rein gehen, da, was? Seht ihr denn? Da rein. Schau vorher! Das könnt ihr euch nicht vorstellen, Rie zu schauen, wie das ist. Das sind vielleicht... Gesicht... Gesicht von den Augen, ja? Das sind vielleicht zwei Millimeter, je Auge, zwei Millimeter, ja? Ich sehe das Kamera-Auge, nur auf... ein ganzer kleinen Stippel davon nur, von dem Kamera-Auge, ja? Uah! 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 So, jetzt... ich will nicht saufen, ja? Und jetzt sage ich das. Uah! Jetzt sage ich das. Uah! Uah! Ich hab's nicht gesagt. Ich verrat euch was. Ich bin kein normaler Wehrwoll. Ich bin kein normaler Wehrwoll. Ne? Und, äh... Ein normaler Wehrwoll, gesauft er kein Bier, ja? Gesauft er kein Bier, ja? Also, und... ...und... Uah! boah! Boah! Biz-du uit 지味el! Weyuuuun! Weyuuuun! Those of you съooked? ah! Seiss je! Tint ai... Das hay Wellen! Tint aan! Hehehehear! Uargh! mould! Mimm! Mimm! Hm! Ist der Klaus-Spiel da drum geshold? Kein! Apt!